Wenn die Polizei dieses Geld beschlagnahmt, stehe ich bei ein paar sehr gefährlichen Menschen in der Schuld. Das ist dein Geld, Alter! Da ist ein Agent Rask, der dich gern sprechen würde. Wo ist ihr denn? Miami. Wirtschaftskriminalität. Es geht um über zwei Millionen Dollar. Die musst du für mich verschieben. Was? Perspektivlose Straßengangs. Du hast große Träume, huh? Big Ronnie? Machst du was mit dem Geld, oder was? Gesetzlose Technologiefirma. Wenn sie mich sehen, denken die ich werbe. Eine Anarchistin. Eine verrückt gebordene Latina. Und ich. Wenn die schummeln dürfen, tja, dann nehmen wir uns eben das gleiche raus. Nick hat dir gewaschenes Drogengeld gegeben, um deine Firma zu gründen. Wessen Geld hast du mir da gegeben? Ich will euer Partner werden. Das ist ein legales Geschäft. Keine Gangkohle mehr. Scheiße, war das eine blöde Idee. Was du da hast, ist eine Zeitbombe. Das ist eine Stadtbombe. Ist ja wirklichysis items. Ich bin Meinberg der Träume, Shreie hat sich in der Rezeption.